Fast jeder zweite niedergelassene Hausarzt in Deutschland steht kurz vor dem Ruhestand und findet keinen Nachfolger, der seine Praxis übernehmen will. Besonders problematisch ist die Lage in den ländlich geprägten Regionen. Auch der Landkreis Reutlingen, so der Landrat, sei da keine Insel der Seligen. Wir haben die Hausärzte gefragt, wir haben alle 178 Hausärzte gefragt, wann hören sie den Altershalber auf und haben sie die Nachfolgefrage geregelt, gibt es einen Nachfolger und daraus haben wir Szenarien entwickelt für die Jahre 2020, 2025 und wenn Sie sich das anschauen für den Landkreis Reutlingen, dann wird sehr schnell klar, dass es in diesen Jahren weiße Flecken geben wird, wo eben nicht mehr jede Hausarztpraxis wieder besetzt wird. Um diese Lücke zu schließen, brauche es innovative Versorgungsformen, wie das Mitte letzten Jahres eröffnete Gesundheitszentrum in Hohenstein-Bernloch. Das ist so die Überlegung, muss wirklich ein Mediziner alles machen und deshalb sind auch nichtärztliche Berufe dabei, Logopädin, Ergotherapeutin, Physiotherapeutin, die gibt es dort bereits und die Idee ist, das auch weiter auszubauen, deshalb Gesundheitszentrum. Das Sahnehäubchen aber sei die Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Tübingen, genauer gesagt mit dem Lehrstuhl für Allgemeinmedizin. Und die Idee, die dort dahinter steckt, ist, dass angehende Mediziner in der ärztlichen Weiterbildung eine klassische Hausarztpraxis im ländlichen Raum kennenlernen, die dort durchlaufen. Und wir wollen natürlich dort auch die Begeisterung für den Hausarztberuf dort wecken bei den angehenden Medizinern. Und weil im ländlichen Raum Lehre und Forschung bisher nicht von Krankenkassen und Kassenärztlicher Vereinigung finanziert werden, wie normale Arztpraxen, will der von Kreis UKT und Gemeinde Hohenstein gegründete Förderverein einspringen. Auch in Berlin ist man mittlerweile auf das Reutlinger Modell, das in dieser Form einmalig ist, aufmerksam geworden. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung hat unser Modell, hat dieses Modell in seinem Bericht an die Bundeskanzlerin besonders hervorgehoben als ein besonders innovatives Modell, das sich lohnt, mal näher zu betrachten. Im Landratsamt ist man also guter Dinge, dass der Versuch klappt und die medizinische Versorgung im ländlichen Raum auch in Zukunft gewährleistet ist.